Am 2.9. haben wir den ersten Racket Helden Cup. Ein Tennis Charity Turnier. Das wird der Wahnsinn. Wollt ihr sehen, wie Henning Wähler in Tennis spielt, wo Johannes Strade Tennis spielt, Thomas Helmer ist mit dabei. Das wird der absolute Wahnsinn. Wir haben ein tierisches Rahmenprogramm. Ich bin schon ganz aufgeregt. Beim SC Victoria findet das ganze statt am 2.9. Das dürft ihr nicht verpassen. Und dann seht ihr mich auch aufschlagen.